I wanna be by your side, by your side And that is the only, only place I wanna be Ihr Lieben, wir treffen uns endlich wieder und zwar am 26. Juli hier auf dem Hof Zum Herzenslust-CSD angrillen Wie jedes Jahr findet hier wieder ein ganz, ganz toller Auftakt zum CSD Duisburg statt Denn der ist ja drei Tage später und wir hoffen einfach, dass die Bude richtig schön voll wird wieder Ihr hört, dass ihr die Musik im Hintergrund an deiner Seite, by your side Das ist dieses Jahr unser Motto und darauf freuen wir uns riesig, an eurer Seite zu sein Und hier einen schönen Abend mit euch zu verbringen Wir haben ein Live-Act, also mehrere Live-Acts hier Wir haben einen DJ dabei, zwar einen anderen als im letzten Jahr Weil der ist leider, oder der muss ja auch mal in Urlaub Aber ich glaube, wir werden wieder ganz viel auf die Beine stellen Es kann auch mal im Moment ein bisschen lauter werden beim Singen Aber wir passen auf, dass ihr eure Gespräche auch führen könnt Also kommt vorbei, am 26. Juli zum Herzenslust-CSD angrillen 2023 Ab 18 Uhr, ne? Wir sehen uns Wir sehen uns